Herzlich Willkommen beim Podcast auf einen Kaffee mit Jana. Wie schön, dass du heute wieder dabei bist. Hallo, Jana hier. Schön, dass wir uns wieder auf eine kurze Pause treffen. Ich hoffe, es geht dir gut und du hast seit unserem letzten Date eine gute Zeit gehabt. Heute habe ich dir die Geschichte vom grünen Sonnenschirm mitgebracht und was das mit meiner Erkenntnis von Erwachsensein zu tun hat. Diese Geschichte ist ziemlich witzig, weil sie einfach so nebenbei passiert ist und mir eine wahrliche Erkenntnis gebracht hat. Ich muss für den Anfang ein bisschen weiter ausholen. Es ist so, dass ich, ja, seit wann, ich weiß nicht, ich glaube, wenn man jünger ist, fangen wir mal so an, wenn man jünger ist, so im Anfang Teenageralter, so 13, 14 und dann so nach Menschen schaut, die so um die 30 sind, sage ich jetzt mal, dann hat man schon so den Eindruck, dass die so voll erwachsen sind. Also so ist es zumindest bei mir rückblickend betrachtet immer gewesen, dass ich dachte, Mensch, die sind voll erwachsen, die haben den Plan, die wissen, wo es lang geht, die haben immer Lösungen parat, die wissen so Dinge wie, wie biete ich mir eine Wohnung, wie komme ich an ein Auto, die wissen, wo man das Geld herkriegt. Also echt so dieses, das waren so für mich oder in dem Alter so Erwachsene, Erwachsene, genau. Irgendwann ist man ja dann selber 30 und denkt sich, wie war es mit dem Erwachsensein? Ich habe teilweise immer noch so Zweifel und Unsicherheiten und manchmal habe ich nicht für jedes Problem eine Lösung und ich habe auch nicht auf jede Frage eine Antwort und ich weiß bestimmt auch nicht in jeder Situation meines Lebens die richtige, oder habe ich nicht für jede Situation meines Lebens das richtige Habit und weiß mich zu verhalten. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist so, dass man so eine Vorstellung hat in einem jungen Alter von einem bestimmten Alter und dann ist man in dem Alter und denkt sich irgendwie, hatte ich mir das anders vorgestellt? Und dann habe ich so auf dieses Gefühl des Erwachsenseins nicht gewartet, das wäre jetzt zu passiv, aber ich habe mich schon gefragt, wie fühlt sich das denn an, wenn man erwachsen ist? Und dieses Gefühl stellte sich bei mir irgendwie nicht ein, was im Nachgang total logisch ist, weil wie will ich ein Gefühl wissen, wie es sich anfühlt, wenn ich gar nicht weiß, wie es sich anfühlen könnte von anderen Leuten, die erwachsen sind oder von Leuten, die sich erwachsen fühlen oder wenn man sich darüber so austauscht. Und wenn man dann aber mal Leute fragt, fühlst du dich erwachsen? Kommen meistens große Augen und so, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Und dann habe ich mich im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, als die Frage bei mir wieder aufkam, bin ich jetzt erwachsen, wie fühlt sich Erwachsensein an, habe ich das mal gegoogelt, habe ich mal eingegeben, kannst du dir auch mal machen, wie fühlt sich Erwachsensein an? Und dann kriegt man da so verschiedene Ideen geliefert, unter anderem steht dann eben drinnen, dass Menschen sich erwachsen fühlen, wenn sie bestimmt Dinge in ihrem Leben gemacht haben. Und dann war aufgezählt, wenn sie geheiratet haben, wenn sie ein Kind haben, wenn sie zwei Kinder haben, wenn sie sich ein eigenes Haus leisten und dann auch finanziell dafür einstehen, wenn sie einen Beruf Erfolg haben, was auch immer das bedeuten mag, wenn sie für sich Dinge erreicht und umgesetzt haben, die sie sich schon lange vorgenommen haben, Wünsche, Träume etc. Und dann habe ich mir einen Stift und einen Zettel genommen und habe meine Liste gemacht. Ich habe gesagt, okay, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, ich wohne im Ausland, ich habe Autos gekauft, ich habe Autos verkauft, ich habe verschiedene Arbeitsstellen gehabt mit verschiedenen Aufgaben und Verantwortungsbereichen, ich habe studiert und das alles hat jetzt aber nicht dazu geführt, dass ich mich erwachsen fühle, sondern dass ich einfach denke, das sind Dinge, die habe ich gemacht, weil ich darauf, wie sagt man, Lust hatte. Manche Dinge muss man auch machen, so wie Geld verdienen, manchmal hat man da nicht so die Wahl zwischen den Berufen, die man dann zur Verfügung gestellt bekommt, aber es ist eine andere Geschichte. Aber so grundsätzlich sind das jetzt schon alles so Dinge, die ich auch so gemacht habe in meinem Leben und viele davon eben auch sehr freiwillig, also wirklich ohne Zwang und trotzdem hat sich dieses Gefühl von Erwachsensein nicht bei mir eingestellt. Und dann war für mich im letzten Jahr, ich glaube es war letztes Jahr, so irgendwie die Idee im Raum, ich sage gut, denn hier will ich auch irgendwas fühlen, was man nur so imaginär eben erahnen kann und nur weil andere so erwachsen in meinem Sinne wirken, heißt es ja nicht automatisch, dass die sich vielleicht auch danach fühlen, hatte aber trotzdem keine Idee oder Lösung, wie fühlt sich das denn so an und da ich eben auch so ein Gefühlsmensch bin, bin ich da trotzdem auch noch so drauf rumgeritten, habe da wie so einen alten Knochen immer noch so rumgekaut, weil ich mir schon gewünscht hätte, dieses Gefühl zu fühlen. Also was ist, also wie ist das bei dir, wie fühlt sich für dich Erwachsensein an? Ich meine, kann natürlich auch sein, dass du da noch nicht so drüber nachgedacht hast, aber deswegen erzähle ich dir das. Und dann kam dieses Jahr die Geschichte mit dem grünen Sonnenschirm. Und zwar ist es so, dass bei uns am Haus so ein kleiner Weg, Beetrand neu geflastert wurde und uns als Mini-Terrasse zur Verfügung steht. Also als Möglichkeit, sich im Sommer da eben Tische, Stühle, eine Grillecke und einen Sonnenschirm hinzustellen und sich das einfach so gemütlich zu machen. Und das haben wir dann auch genutzt, haben gesagt, okay, wenn wir jetzt diese Möglichkeit da haben, weil sich die jetzt aufgetan hat, dann bestellen wir uns jetzt Gartenmöbel und bestellen uns einen Sonnenschirm und dann haben wir da so eine kleine Sitzecke im Sommer, wenn es nicht gar zu heiß ist, dass man sich da hinsetzen kann. Wobei ich sagen muss, dass die Sommer hier extrem heiß sind. Also diesen Sommer war das so heiß, dass ich drei Monate eigentlich nur von Aircondition zu Aircondition gesprungen bin, weil alles andere das Gefühl einer inneren und äußeren Verbrennung nach sich zog. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Es war dann so, dass dann auch alles geliefert wurde und dann auch der Moment mit diesem grünen Sonnenschirm kam. Das heißt, der grüne Sonnenschirm wurde geliefert, wir haben ihn dann aufgebaut, wir haben die Sitzecke vorbereitet, hergerichtet und dann saß ich da. Und dann guckte ich diesen Sonnenschirm an und habe dann zu meinem Mann gesagt, ich bin jetzt über 40, 43 um genau zu sein, und ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen eigenen Sonnenschirm gehabt. Das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich einen eigenen Sonnenschirm besitze. Und das hat mich glücklich gemacht. Glaubt ihr es? Das war so ein erhabenes Gefühl, dass ich jetzt der Besitzer eines Sonnenschirms bin. Und dann habe ich da gesessen und darüber nachgedacht, was das jetzt mit mir macht. Und dann kam die Erkenntnis, was für mich Erwachsensein bedeutet. Und das kann für dich eine ganz andere sein. Aber ich teile dir meine Erkenntnis von diesem grünen Sonnenschirm. Als ich da gesessen habe und mich so gefreut habe und so glücklich war, dass ich jetzt diesen Sonnenschirm habe, dieses für andere Dinge, für andere Leute vielleicht klein und unbedeutend, für mich in dem Moment aber wirklich sehr wertvoll, hat sich ein Gefühl von Zufriedenheit eingestellt. Und zwar diese Zufriedenheit, so wie es ist, ist alles gut. Ich habe jetzt diese Sitzecke und ich habe jetzt die Möglichkeit, mir eine Mini-Terrasse zu bauen und ich habe jetzt diesen Sonnenschirm. Und ich bin zufrieden und dankbar, dass es das gibt, dass ich die Möglichkeit habe, mir das auch finanziell zu leisten, weil es gibt bestimmt Leute, die sich keinen Sonnenschirm leisten können. Und dann habe ich festgestellt, dass das für mich Erwachsensein bedeutet. Innere Zufriedenheit und Dankbarkeit für das, was man bisher in seinem Leben geschaffen hat. Weil ich auch glaube, aus meiner eigenen Erfahrung, dass wenn wir jünger sind, sind wir oft auf der Suche nach mehr. Man glaubt immer, das Gras ist auf der anderen Seite grüner. Und man glaubt, anderen geht es immer besser. Und bei mir war eben ganz lange das Gefühl, dass wenn ich bestimmte Dinge nicht mache, dass ich dann irgendwas verpasse. Ich habe ganz lange dieses Gefühl gehabt, wenn ich jetzt nicht verreise, wenn ich jetzt nicht den und den Kurs mache, dann verpasse ich etwas. Und als ich da eben jetzt saß, mit diesem grünen Sonnenschirm in dieser Sitzecke, bei mir am Haus, war innerlich eine Ruhe eingekehrt, eine Zufriedenheit eingekehrt, eine Dankbarkeit eingekehrt, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass wenn ich da jetzt weiterhin sitze, dass ich irgendetwas verpassen werde. Mir ist klar, wir verpassen immer irgendetwas, weil wir uns immer nur für eine Sache entscheiden können. Aber dieses Bewusstsein zu haben, dass da, wo ich bin, ist alles das, was ich für mich brauche aktuell oder wünsche. Was nicht bedeutet, dass ich mir nicht wünsche, wieder zu reisen oder andere Dinge zu erleben. Aber gleichzeitig eben diese innere Zufriedenheit und Dankbarkeit über das zu haben, was man hat. Und das macht für mich Erwachsensein aus. Nicht, dass man auf alle Fragen eine Antwort hat und dass man für jede Lösung sofort das Problem hat. Also ich bin auch in Situationen, die superschnelle Entscheidungen brauchen, manchmal auch sehr kopflos und bin dann immer froh, wenn mein Mann dabei ist, der dann einschreitet, weil er da doch ein bisschen gelassener manchmal reagiert. Also es bedeutet nicht unbedingt, dass man als Erwachsener da immer safe durchkommt oder sicher oder standfest. Und ich glaube, dass das auch so eine Geschichte ist, die wir uns selber auch machen, Druck machen, weil wir glauben, dass das so sein muss, weil man ab einem bestimmten Alter auf alles eine Antwort haben muss. Aber das muss ich nicht und habe ich auch nicht. Und dazu stehe ich auch. Manche Sachen kann ich nicht, muss ich lernen, muss ich nachlesen, muss ich nachfragen. Aber andere Dinge kann ich wieder. Und ich glaube, für mich wirklich ist dieses Gefühl von Erwachsensein, dieses nicht orientierungslos oder orientierungslos ist es auch nicht, so dieses aufgeregt sein. In den 20ern ist man auch so aufgeregt. Also ich war zumindest sehr aufgeregt in den 20ern, weil ich dachte, oh, das steht dir alles zur Verfügung, du kannst alles machen. Wo rennst du zuerst hin? Und egal was ist es, weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ich verpasse irgendwas. Man ist so rastlos und so ruhelos und will so von allem ganz viel irgendwie mitnehmen. Und jetzt zu erkennen, dass eine gewisse innere Zufriedenheit eingetreten ist, trotz dessen ich noch nicht all das erlebt und gesehen und erreicht habe, was ich mir vorstelle, aber gleichzeitig zu wissen, dass das, was ich habe, ich mir selber eben kreiert und geschaffen habe und damit eben verbunden, diese Zufriedenheit und Dankbarheit ganz klar in mir ist und mich einfach freut, finde ich unfassbar. Und es ist so eine simple Erkenntnis, die so zwischendrin reingeschneit kam durch diesen grünen Sonnenschirm und es ist aktuell so, wenn wir dann draußen sitzen und ich sitze unter diesem grünen Sonnenschirm und ich weiß, das ist mein allererster Sonnenschirm, den ich jemals in meinem Leben gesessen habe, dann schmunzeln wir dann immer und dann denke ich mir, ja, und jetzt zieht dieses Gefühl von Erwachsensein ein, von Zufrieden und Dankbarkeit und es ist großartig zu wissen, was es für mich bedeutet und vielleicht ist es ja für dich jetzt eine Inspiration, mal zu schauen, was es für dich bedeutet oder ob du für dich schon das Gefühl von Erwachsensein hast oder ob du da auch noch auf der Suche nach etwas bist, was ja nur du für dich in dir drin als Gefühl wahrnehmen und auch fühlen kannst, weil jeder ja eine andere Definition davon hat und wenn du für dich eine Antwort hast, würde ich mich freuen, wenn du sie mit mir teilst und wenn nicht, ist auch nicht schlimm, weil wir hören uns nächste Woche wieder und dann frage ich einfach, wie deine Woche war. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und ich schicke dir sonnige Grüße aus Suzhou. und ich schicke dir sonnige Grüße aus Suzhou und ich schicke dir sonnige Grüße aus Suzhou und ich schicke dir sonnige Grüße aus Suzhou.